Die Kamera ist ja viel zu dunkel. Tag Leute, willkommen zu Game Inc. Spielt heute auf der Xbox One Pneuma oder Pneuma, was so viel heißt wie Breath of Life, also Hauch des Lebens, Seele, Geist und kommt aus dem Griechischen, was mir das Spiel schon gesagt hat. Und ich würde sagen, deswegen gucken wir uns das an, ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch, und ich sage Start! Gespeicherte Daten, Ladenfunk, Neu-Spiel! Und wir spielen das jetzt ganz genau 18 Minuten. Also freut euch drauf, das gibt es jetzt gerade kostenlos für Xbox One Goldmitglieder. ist nämlich an auch gerade erst da rausgekommen, im November. Und dieses Spiel wird wahrscheinlich eins der vier, ich laufe einfach durch eine Welt, gucke mir Sachen an, wie der schon Vanishing of Even Carter hatte, Layers of Fear, Stanley Parable etc. pp. oder jetzt auch ein neues Beispiel von dem Maha von Silent Parable Beginners Live, was halt visuell ein Fang abholt und wir bewegen uns jetzt einfach mal. Es könnte jetzt echt auch Beginners geil sein, was halt einfach mit diesen visuellen Sachen spielt, ne? Finde ich ja prinzipiell nicht schlecht. Es ist als Puzzle-Spiel ausgezeichnet, also bin ich mal gespannt, wie der Beginner von Omega zu meinen Alpha. Aber wie kann es kein Prognügen ohne eine Destination sein? Ja, man muss sagen, es sieht jetzt nicht so wirklich geil aus, ne? Also ich meine, hier sieht man so eine Kante, aber ich meckere schon wieder. Gleich am Anfang meckern. Das ist das Beste. Bester Einstieg für ein Video. Erstfach meckern. Aber es ist... Also wir haben schon einen leichten Überfluss an solchen Spielen, ne? Okay, wenn ich zurückgehe, geht es auch wieder auf. Nice. Und die sind ja Gameplay-technisch eigentlich total krotz. Und du bewegst dich und guckst höchstens nach was an. Ich gehe einfach dennoch weiter, egal was er sagt. Ich mache mal ein bisschen lauter. Ich mache mal ein bisschen lauter. Das Ding sieht ja auch witzig aus, ne? Also wenn man so straight durchgeht, so was du spielen willst, sagt man erst mal, ja? Aber... gefällt mir. Aber guckt euch die Texturen an, ehrlich? Äh, das ist PS2-Niveau, würde ich jetzt einfach mal böse behaupten. Okay. Ich meine... Ja, das ist halt... Portal... Und die ganze Sache... Das kommt mir jetzt gerade wirklich wie Stanley Terrible vor. Was ein hübsches Spiel ist, also da kann man nicht sagen... Was haben wir denn da? Okay, wo sind wahrscheinlich bekannte Bilder und wir haben einfach nur die Gesichter rausretuschiert, oder was? Aber sie wiederholen sich nicht. Das ist schön. Aber sie wiederholen sich doch. Oh man! Also das sind hier super harte Rätsel. Das Spiel lebt halt auch sehr von der Lichtstimmung und leichter Reflexion. Das ist halt schon ein bisschen... Perfequen. Jetzt können wir relaxen. Illuminanz-Porn. Zutage, okay. Okay. Aha, aha. Gnäsdiebe! Ladezeit! Das ist doch schön! Ja, also... Nein, ja, wir sehen das jetzt positiv. 100 Gamerscore-Punkte? Juhu! Prolog abgeschlossen. Wir müssen ja irgendwie auf 1000 Gamerscore-Punkte kommen und haben wahrscheinlich 10 Level. Vielleicht mehr. Oder weniger Level, dafür noch versteckte Sachen. Trinken wir etwas. So, wer sich das Video jetzt bis hierher angeguckt hat, Glückwunsch! Und jetzt möchte ich euch fragen, was haltet ihr zu meiner Produktplatzierung? Einer der Videos. Die immer sehr sind hier. Lade mich, Path! Lade mich zu meinem Destination! Aufwärts! Das sieht sehr gut aus. Oh, dumm sein. Ja, ich bin hier. Aber ich würde lieber den Progessen genießen. Und flach mal. Haha! Produktplatzierung in meinem Ding. Beziehungsweise... Das sind Marken, wie hört man sagen. Übrigens, wir bekommen dafür kein Geld. Ich muss manchmal mal wieder sagen, sollst du ein Brunnen sein und ich sehe es nicht. Ich bin nicht ein Fan von Onlookern, ehrlich gesagt. Das, was ich sehen kann, existiert. Ach, ein Brunnen. Brillant! Etwas, was meine figurative Hände aufzunehmen, von all dieser wunderschönen walking. Aber ich muss ehrlich sein mit mir selbst sein. Okay. Es ist ein Gott, ich fühle keine realen Nehmen, um zu resten. Ich weiß, warum ich eine Bench gemacht habe. Das macht wirklich Sinn. Vielleicht sollte ich als Beispiel für andere. Äh... Nein, es gibt keine anderen. Ich verstehe nicht, warum ich den Platz mit Kalken fülle. Ach, weiss ist doch üblich. Ich habe nichts, was zu bestellen. Und visuell... ...nach das schon was erinnert. Zeit, um eine Liste der Inventionen zu starten. Lämon, ein Lämon-Press-Sugar, das Abtrecht-Konzept der Schmerzen, eine Tung. Aber nur, wenn ich bin da hinguckt. Aber ordentliches... Benutzende Formen. Eigentlich ethereal, selbst für einen Gott. Schäden und... Eine Tür, die öffnet, nur wenn sie beobachtet. Noch mehr Evidenz von meiner Zentralität zu dieser Narrative. Es macht mich überraschend, was in der nächsten Raum ist, bevor ich entdecke. Ist es nichts? Ist es simuliert? Ist es kalt? Weil meine Meinung nicht hat die Möglichkeit, die ganze Welt in einem Moment zu erinnern? Oh... Für die Sanität nehme ich mich zu glauben, dass die Welt um die Schmerzen existiert. Er hat nicht so viele Bilder, das hätte mich jetzt gefreut. Das ist halt auch so ein bisschen... Ich möchte gern pädagogisch. Alles hier. Und jetzt ist meine Frage an euch gewesen, natürlich wollt ihr mehr Produktplatzierung oder nicht? Das ist ja nur so ein dummer Running-Gag. Das ist ja nur so ein dummer Running-Gag. Ja... Wir müssen einfach nur warten... Wie gehst du auf? Müssen wir etwas trinken? Ähm... Okay. Nein! Okay. Indem wir Augen angucken, oder möchten gern Augen öffnen, wir öffnen, wir auch Sachen. Ja, Spiegelungen sind halt einfach super in Spielen. Und es ist ordentlich gespiegelt, dass es halt auch so aussieht wie Original. Gefällt mir gut. Wow! Das ist ja so ein Punktumschlag. An der selben Position. Copy and paste mein Lieber. Ich sehe ewig jetzt schon in die Kommentare schreiben. Du Arschloch! Hör den doch einfach zu! Machst ihr das Spiel kaputt! Habt ihr recht! Aber irgendwie geht der mir ein bisschen auf den Sack. Das ist aber das ganze Rätsel, ist flippig aus. Oh, hallo! Oh! Oh! Ne, wir hätten es andersrum machen müssen. Komplett andersrum! Mein Lieber! Hätte ich das hier machen müssen. Zack! Ich bin ja auch dämlich. So! Muss man gar nicht ordentlich machen. Machen es doch hier ordentlich. Zack! Ich finde den so sehr witzig. Ich habe gesehen, dass die Dinge weiterkriegen sind kleiner. Eine Erkannung in Distanz, der eine Bedingung in Größe. Das nennt sich Perspektiv. Die Gräufe ist die Implikation. Ich muss die größte Sache in der Welt sein. Alter, wie der mir hart auf den Sand klebt mit seiner eingebildeten Art. Kann ich denn da irgendetwas machen? Das ist ein komischer Effekt, wenn ich hier so drum umgehe. Hier rechts ist es gewollt. Sagen wir einfach, ja, es ist gewollt. Das muss ich doch irgendwie... Kann ich das nicht bewegen? Damit muss ich doch was anfangen können. Übersehe ich grad das offensichtliche? Ein Knopf oder so? Beziehungsweise das müsste eigentlich noch hoch. Aber das geht nicht hoch. Ah, Hebel. Try that. Da wäre es natürlich auch hübsch gewesen. Na? Na, haben wir noch einen zweiten Hebel? Na? No. Ah, er sagt bloß, ich muss das in die richtige... Machen wir es mal so. Zählt das? Nope. Okay, ist etwas so weit... Oben. So. Cool. Und das geschafft. Oh, hier ist es doch. Nice. Gut. Wieder ein Level geschafft. Das fände ich ja ganz witzig. Also ich glaube, da kann man schöne Sachen machen. Mit dieser optischen Linie. Vielleicht kommen da auch Spiele mal dazu. Man weiß es nicht. Ich habe es selber noch nicht gespielt, wie gesagt. Der Sprecher ist halt, ne? Muss man mögen. Tue ich aber nicht. Hier ist mir... Mir sind dieses Sprecher relativ egal. Weil ich finde es blöd, dass unser Trend dahingeht, dass viele Sachen zu wenig Gameplay bieten. Weil es nur hier ist. Und sehr aufzuhalten. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich kann nicht immer noch einen neuen Fist, aber... Marble requires viel Kraft, Druck und Zeit zu formen. So wie habe ich es geschafft? Ich habe es einfach in der Existenz. Ich könnte das machen. Oder habe ich es in einer anderen Universität, für ein paar Millionen Jahre. Beide sind es auch. Vielleicht beide. Ich muss es auf die Erinnerung. Ich muss auf meine Erinnerung. Schau mal auf das. Die Welt schreit mich zu meinem Will. Mehr Beweis für meine Deitie. Die immense Kraft meiner Meinung. Röre vor meine Umfeld, denn ich kann Dinge mit nur einem Glanz verziehen. Beide meine Gäste, lest ich dich umgehe. Oh, guck mal, hier ist das Gott auf Ortzeichen. Das Omega. Heißt das, das ist mein Ende? What a polite door, opening itself upon my approach. The right way to treat your God door, I shall give you great treasures for your compliance. This door, what a conniving door. You can see its proud look as it attempts to thwart me. Why can't you be more like that other door? That other door has respect. I have bested you, door. Okay, we seem to be something to be, but why don't we set ourselves the same rules that we can solve? Are you not moved? Rotate about me, Bridge. Bow to my rotational power. I wonder if this is normal. Moving things with your mind. It must be. I am normal. That cannot be contested. Normal is the norm and as the only thing I must be normal. Hmm. Let's take a look. Let's take a look. Ah ja. I mean let's take a look. What am I supposed to do? Ah. So we have to take a look. I can't wait. You don't want to look at that. Soll ich tatsächlich schon scheitern, das benutzen? Ich bin nicht zufrieden, kann ich denn irgendwas machen? Ich meine, es muss auch einen Grund geben, warum es hier nach unten ist, oder es ist nur, damit ich glauben kann. Okay, da wird ich mir einfach sehr verwirrt. Das ist ja fantastisch, diese Rätsel. Was sind die Rätsel? Ich kann die Rätsel ein bisschen auf den Sacken. Ich weiß nicht, ob ich sie auf die Läufe oder Tears machen kann. Sie sind ziemlich emotional, aber mit dem Anthropomorphismus wird es sicher sein. Danke, Bridges, für die Dinge zusammenzubringen. Ich weiß nicht, ob diese Bridges deserve mein Dank. Wenn sie meine Kreation sind, ist es, dass sie mich selbst bedanken. Hm. Danke mir, für meine Exzellenz. Gut, dass er nicht eingebildet ist. Es ist aber auch sehr entspannt, muss ich sagen. Das hat er gerade schon geflogen. Oh, ich sehe schon auf die Zeit. Wir sind auch schon wieder am Ende. Und mit diesem wunderschönen Ausblick will ich mich verabschieden von euch. So, das war's. 20 Minuten sind um. Und was kann ich zu diesem Spiel sagen? Es sieht visuell oberflächlich ganz gut aus, hat schöne Reflektionen und so. Ist jetzt halt, du läufst von A nach B und guckst Dinge an und machst kleine Rätsel und Schalterrätsel und alles. Schön und gut. Ist halt mittlerweile, wie es erzählt wird vom Gameplay, hat man es halt jetzt schon echt sieben, acht Mal gesehen. Kann man immer noch witzig finden. Ist aber gerade so ein bisschen auf diesem Hype mitgeschwommen. Die Außenareale fand ich ganz hübsch. Es ist halt ein Schlauch, wo man sich drin bewegt. Das wird bestimmt noch komplexer und ich habe ja schon an dem einen Rätsel ein bisschen überlegen müssen, weil ich dieses Auge nicht gleich gefunden habe. Kann man sich mal reingucken. Ist auf jeden Fall für ein Xbox One Gold Mitglied. Kann man sich dann mal reinschnuppern für eine Stunde oder zwei. Ob es sich länger dreht, weiß ich nicht. Das hängt ganz von euch ab, ob ihr auf sowas Bock habt. Ich hätte es dann doch ein bisschen mehr interaktiv dieses Medium Videospiele. In diesem Sinne möchte ich euch viel Spaß beim Selberzocken wünschen und sage Ciao Ciao und bis auf dann.